Justin Bieber meint es offenbar ernst mit Hailey Baldwin. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, hat der Sänger nach nur vier Wochen Beziehung um die Hand seiner Freundin angehalten. Eine Blitzverlobung, die seine langjährige On-Off-Liebe Selena Gomez kalt erwischt haben soll. Wie eine Quelle aus dem Umfeld der Sängerin Hollywood Live verriet, könne Selena Gomez es kaum glauben. Zitat Und angeblich will die 25-Jährige das noch immer nicht wahrhaben, wie der Informant weiter ausplauderte. Sie hat das Gefühl, dass Justin versucht, sie eifersüchtig zu machen. Oder dass er ihr beweisen möchte, dass er wirklich erwachsen und bereit für eine feste Bindung ist. Sie kann sich das sonst einfach nicht erklären. Wie es Selena Gomez nach der Verlobungs-News wirklich geht, weiß nur sie selbst. Zumindest musste sie die Nachricht nicht alleine verkraften. Denn Justin Biebers Ex wurde am Wochenende gemeinsam mit einer Freundin auf einer Yacht gesehen. Und zwar lachend. Drei Drei Drei